Zürich, die Finanz- und Wirtschaftsmetropole der Schweiz und beliebte Reisedestination. Im Herzen der wunderschönen Limmatstadt finden Sie unser Büro. Wildschmieder ist eine international tätige Anwaltskanzlei, spezialisiert auf Immaterial-Güterrechte. Wir beraten unsere Klienten in den Bereichen Markenrecht, unlauterer Wettbewerb, Urheberrecht, Domain-Names, neue Medien wie YouTube, Twitter, Facebook und Firmennamen. Über dies hinaus prozessieren wir, um unsere Klienten auch vor Gericht zu ihrem Recht zu verhelfen. Mithilfe unserer Korrespondenzanwälte ist es uns möglich, Fälle weltweit zu betreuen. Gemeinsam mit unseren Klienten entwickeln wir Strategien, die es ermöglichen, effizient und kostengünstig ans Ziel zu kommen. Dank unseres guten Netzwerks profitieren wir von einer großen Vertrauensbasis und der Klient weiß stets, mit wem er es zu tun hat. Der persönliche Kontakt zu unseren Klienten und unsere schnelle und unkomplizierte Arbeitsweise ermöglicht uns, mit ihnen zusammen der Konkurrenz immer einen kleinen Schritt voraus zu sein. Bei Wildschmieder ist ihr geistiges Eigentum in den besten Händen.